Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und auf diesem Kanal von Gleisnerdorf heute spielen wir Escape the Room von Scissors Also mega schwer Ich hab die ist falsch, die Tür Die Tür ist mit Sicherheit falsch, ja 1, ah hier steht sogar 1 Toll Ok Du bist ja einweg, ich geh dann einweg Mal fallen aufpassen Ach, hey Du hast ja alles Also alle Leute, die sind nicht verstanden haben, das ist Wir müssen hier aus dem Raum escape, also raus flüchten Und ähm, ja Jetzt gucken wir mal, wer gerade Irgendwie Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's gefunden Ich hab schon das Secret gefunden Hier hoch Hier hoch Dann Die Tür öffnen Und hoch Ah Super Ich bin in die Falle reingetoppt Aber trotzdem, Dauer geht zu hoch anscheinend Versehen? War nicht so glücklich, aber Wo war'n das? Secret jetzt so Hier? Ne, wo war'n das? Ah hier, oder? Hm Hä, wo war'n das jetzt? Mist, wir müssen uns was merken Herr Gleis Ist das hier? Hier oben Ne Doch, hier oben War das Guck, guck, du musst jetzt erstmal hier Guck mal her zu mir Genau Du musst jetzt hier auf die Fackel springen, auf die Tür Die Falle auslösen lassen Hm, schwierig So, erst mal auf die Fackel, dann auf die Tür Dann hier hoch Lust aus, zu kackfallen Ah, hier ist gar nichts, wow Hier ist gar nichts Hier ist gar nichts Gar nichts Muss auf Löcher achten In der, in der Ding In der Wand Ich guck's mir auch nochmal an Oh, ähm Ja, super Ja, perfekt Hä, wo geht's denn hier raus? Aber, vielleicht ist da sonst noch was Hier? Ne, das kann auch nicht sein, oder? Da ist zum Schluss Das ist der Schluss Das ist der Schluss Das ist der Schluss Glaube ich So So Aber nicht die andere Tür oder vorhin hier oben muss auch so Was, wo? Oh, ja Da muss ich wieder auf die Fackel springen, ja, da Jo, äh Dann hier hoch Und, aber wir haben die Richtung Der Perfekt, der 2 Wege Ich, pass auf Ich geh den Rechten Weg, okay? Ich geh den Rechten Weg Oh Okay, dann gehst du den Linken Weg Geh den Linken Weg Geh den Linken Weg Da ist'n wohl Fallen, ja Da ist'n auch Fallen, ja Da ist'n auch Fallen Ja, da ist auch ne Falle Also hier runter Da ist auch ne Falle Warum hast du nicht getötet? I don't know Die hat nicht ausgelöst Alter, aber die nächste löst aus Boah Okay, aber wir sind glaub' ich richtig, oder? I don't know Wir müssen glaub' ich eine Falle austricksen Ich bin trotzdem tot Hä? Bin ich schlecht? Wo waren die Tür jetzt? Mist, wo war die Tür? Die Falle löst nicht aus, weil hier die Tür davor ist, oder? Kann das sein? Nein, weil du am Rand stehst wahrscheinlich Hä, wo ist'n die Tür nochmal gewesen, der gleich? Direkt am Anfang Wie direkt am Anfang? Direkt am Anfang Hier? Nö Ist doof Hier? Und der bin ich vorbei? Ich versteh's nicht Aber hier hinten ist nichts mehr Ich weiß nicht, wo die Tür ist nach oben, oder? Das ist ne Sackgasse Und die andere? Und die andere auch Und die andere auch Okay Schon zwei falsch So War alles falsch hier? Ja, alles falsch So Hm So Jetzt gucken wir mal Hier oben ist nix, ne? Hier hinten war auch nichts Soweit ich weiß War hier was? Nö, ne? Hier oben war auch nix So, dann musst du auch hier am Anfang Ra Ra Warum steht da Ra Ra Guck mal Das ist grad mal Stufe 1, ne? Gibt's so verschiedene Stufe Ja Also grad mal Raum 1 zieht mich hier Da geht's auch hoch Ja, da waren wir schon Ja Aber vielleicht kann man da auch was austricksen Was wir nicht gemacht haben Ah 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 ne, das war das Da war diese eine Falle Genau, da war die eine Falle Und dann drüben eine eine Falle Und wo geht's denn weiter? Da oben Äh Warum hat die mich jetzt gekillt? Hä? Warum wohl wenn du da drin standest? Guck Bis hier hoch Oh Gott Oh Gott So Guck nach oben ist da einer Ja, komplett falsch Das ist die Frage ist halt jetzt, warum ist der Weg? Ist doch alle Wege schon abgelaufen, oder? Wir müssen wieder irgendwas übersehen. Irgendwas übersehen wir gleich. Nur was? Ist die Frage. Ah? So ist das. So ist das. So ist das. So. Fehlf. 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 Ja, die kann man hier austreten wollen. Ich glaube, die fallen am Anfang, kann man austricken. Die hier, ne, die hier. Ich weiß es nicht. Da hinten auf jeden Fall ist eine Tür dran. Weißt du, wie viele fallen? Ja, da sind mega viele fallen. Sollen das funktionieren? Geh mal weg. Nein. Ah. Ich glaub aber das geht. Ich glaub es funktioniert. Ich weiß es nicht. Das glaub ich nicht. Weil, guck mal da hinten dran ist ne Tür. Warum sollte denn da ne Tür sein? Da funktioniert sowieso nicht. Da funktioniert eh nix. Aber ist ja die ganze Zeit unten gewusstet. Nein, ich hab fast alle ausgetrickst. Ich hab fast alle ausgetrickst. Wie denn? Du musst, guck mal, die untersten fallen musst du austricksen. Klar. Die rechte fallen hilft gar nicht. Guck. Nein, die musst du noch austricksen, du ganz knapp von der Höhe her. Das weißt du? Das geht. Das ist nicht unmöglich. Lass mich, äh, lass mich mal probieren. Ich bin... So schlecht und so was. Nein, von der Seite. Mist. Ah. Ich glaub, ich... ich weiß es nicht. Probier es doch bei einem anderen Raum. Warum? Hm. Was ist das? Das ist das. Das ist das. Ne, das war ja das wieder. Glaubst du wirklich, dass es da lang geht? Ja, schon. Ich glaub, die verlieren müssen wir austricksen. Nein, da passiert... da hinten drin ist gar nichts. Kannst du nicht davon. Seine habe ich gerade fast schon. Das sind irgendwelche unsichtbaren... Oder der Tür. Oh, jetzt löst es aus, okay. Das haben wir schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Übel, ne? Das eine ist... Hm. Ich krieg schon das erste Level nicht hin. Hast du es gefunden? Nö, ne? Nein! Ich habe alle ausgetrickst bekommen, bis auf eine einzige. Das stimmt, das geht gar nicht. Nein, gut, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Das geht gar nicht. Nur die Frage ist halt, wie soll das andere funktionieren? Ja. Ich kenne die Folien. Hallo, die mir revue, schon kennendenken sich. Wotf, was machen die? Weißt du, wie es funktioniert? Weißt du, wie es funktioniert? Oh Gott. Leute, wir haben echt überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber gleich, du hast auch keine Ahnung, oder? Nein. Gleich hat das Eis irgendeine Bedeutung. Eis? Das ist gar keine Ahnung, oder? Das ist gar keine Ahnung, das ist gar keine Ahnung. Da kannst du nicht hoch und gleich. Glaubst du, hier in dem Raum hier hinten ist gar nichts? Da oben geht es weiter. Wo? Ja, aber da oben kannst du nicht weiter gehen. Für uns. Da oben geht es, kannst du gar nicht. Wie willst du da hochkommen? Ich hab keine Ahnung. Doofen Fäulen. Vielen Dank. Da oben ist auch nichts, oder? Gott, ist das schwer. Wie viel kackt ihr beim Escaping-Mum komplett, Leute? Gehle, gleich? Boah. Na, gar keine Ahnung, wie ich mich jetzt. Na, gar keine Ahnung. Na, gar keine Ahnung. Es gibt ja nur drei Möglichkeiten, wo du hochkommst. Ja, welche? Einmal die ganze am Anfang? Ja, da sind zwei Stück sogar. Wo? Es gibt sogar vier Stück. Wo? Der ganze am Anfang ist eine hinten. Einmal dann hier. Da oben. Und? Und? Dann das am Anfang bei der anderen Tür. Ja, und wo noch? Nochmal noch eins, oder? Null. Da sind glaube ich vier Stück. Ja, dann sagt man noch das vierte. Ja, gleich, dann sagt man noch das vierte. Warte mal, jetzt müssen wir überlegen, weil hier ist man gleich tot. So, wo ist das vierte gleich? Das hier ist das vierte. Ja, und wo ist das dritte? Ja, gar keine Ahnung, genau. Aber das bringt auch nichts, die Stelle hier, weil hier tatsächlich einfach alles zu ist. Es gibt hier nichts, außer dieser Falle da oben. Hier, das Ding kann man zumachen, das lohnt sich nicht. Das mache ich jetzt mal zum, weil die Tür ist sich für die Arsch. Das ist nur zum irritieren. So. Da oben ist noch, achso, die da oben. Die habe ich jetzt zugemacht, weil die ist zum irritieren. Okay, und wo ist noch einer? Wo war die vierte? Ach, zeig mir doch mal alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten, okay, wir gehen in einen Anfang. Ja, nicht das, das ist keine Möglichkeit. So, das ist Möglichkeit 1, da hinten. Ja. Wie geht das jetzt? Das ist keine Möglichkeit. Das geht nicht. Das ist Möglichkeit 1. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Nein, so. Ja, ich habe es ja auch ausprobiert. Wenn du, die hier an der rechten Seite sind dann noch zwei Traps, ne? So. Wenn du jetzt hier an der Seite musst du am Rand hochgehen, okay? Dann kannst du die da hinten nicht austricksen und dadurch kannst du nicht an die Tür. So. Zweite Möglichkeit. Äh, die hier um. Das ist jetzt die zweite Möglichkeit. Das ist jetzt die zweite Seite. So, dann hast du hier. Das ist ja, wenn ich da oben auf die Tür springe. Und wenn ich das schaffe auf die Tür zu kommen, dann lösen die nicht mehr raus. Doch. Doch. Ich auch schon. Keine Chance. Du hast keine Chance, um bei den Traps vorbeizukommen. Nein. Oder wir könnten so machen. Einer von uns macht Kamikaze und der andere kann durchlaufen. Komm her. Guck mal rechts. Geh mal nach rechts zu den Traps, dann können wir wenigstens mal gucken, was hinter der Tür ist. So, ich träg's jetzt ein paar Fallen aus. Ich mach Kamikaze. Nein, ich, nein. Ich muss ja Fallen austricksen, dann läufst du durch. So, einmal die. Einmal die und letztens durch. Geht nicht. So. Dahin soll sie doch mal fallen. Super. Okay, dann ist die Möglichkeit schon mal ausgeschlossen. Ja, die kann man nicht mal austricksen, oder was? Ne. So. Wie gesagt, also hier nochmal die eine Möglichkeit. Die da oben bringt auch gar nichts. Ich hab alles ausprobiert, da oben geht gar nichts. Also Leute, wir machen das Ding jetzt weiter, dann bist du dran und tschüss.